Der CapTrader ist ja ein Broker, der zuletzt von den größten Finanzinfluencern erwähnt wurde und auch angewendet wurde. Wir werden uns in diesem Video mal anschauen, was der CapTrader ist, was der CapTrader so bietet und ich werde dir genau zeigen, was alles abläuft bzw. wie der Anmeldeprozess beim CapTrader abläuft, damit du weißt, wenn du dich bei diesem Broker anmelden möchtest, wie das Ganze abläuft. Falls du dich dann dafür entscheidest, dich bei diesem Broker anzumelden, mach das sehr, sehr gerne über den Link in meiner Videobeschreibung. Wenn du das machen würdest, würdest du meine Arbeit wertschätzen und mich sehr unterstützen, allerdings selber keinen Cent mehr bezahlen. Starten wir jetzt also erstmal damit, was der CapTrader überhaupt ist und was er so anbietet. So, wir sind hier also auf der CapTrader Seite angekommen und bevor wir uns jetzt mal die Konditionen anschauen, werde ich nochmal erwähnen, dass der CapTrader auch gerade für erfahrene Händler eine sehr gute Plattform ist. Denn wir sehen hier, dass wir nicht nur Aktien und die Apps beispielsweise kaufen können, sondern auch Futures, Optionen, CFDs oder Forex-Währungen, also Währungshandel machen können. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Vielzahl von Optionen und Zertifikaten zu handeln und auch Anleihen und Investmentfonds. Das heißt, hier sehen wir schon mal, der CapTrader ist sehr, sehr breit aufgestellt und hier gibt es nicht nur die einfachen quasi Sparpläne erstellen und weitersparen, sondern hier gibt es auch die Möglichkeit, wirklich sehr professionell zu handeln. Und auch die Möglichkeit, hier beispielsweise Crypto-Trading zu betreiben, ist gegeben. Trotzdem, dass wir die ganzen Funktionen haben für, sagen wir mal, die fortgeschrittenen Trader, haben wir trotzdem auch die Möglichkeit, hier Sparpläne anzulegen. Zudem sehen wir hier, dass der CapTrader erstmal die Nummer 1 im US-Handel ist. Das heißt, hier können wir wirklich an US-Börsen handeln. Wir haben hier auch einen Testsieger-Broker, natürlich, sonst würde ich CapTrader auch nicht vorstellen. Haben auch hier sehr, sehr viele weitere Funktionen, um zum Beispiel genauer in Aktien reinzuschauen. Das heißt, um Aktien zu analysieren, gibt es hier auch einige Tools für. Nachhaltiges Investieren ist hier natürlich auch gegeben. Das muss wahrscheinlich heute überall auch so sein. Muss jeder selber wissen, wie er investieren möchte, ob nachhaltig oder nicht. Schauen wir uns mal weiter auf der Website um und da sehen wir auch, natürlich haben wir hier niedrige Kosten. Auch sonst würde ich den Broker wahrscheinlich nicht empfehlen, denn ich halte relativ wenig davon, sehr hohe Gebühren zu zahlen. Es gibt natürlich immer Präferenzen, allerdings hier auch schon mal sehr wichtig, niedrige Kosten. Auch einen weltweiten Marktzugang haben wir hier gegeben. Das heißt, wir haben hier nicht nur, wie beispielsweise bei Neobroker, eine oder höchstens zwei Börsen, sondern können hier weltweit an verschiedenen Börsen handeln. Das heißt, 150 Märkte, 33 Länder in 25 Währungen in über 1,2 Millionen Wertpapieren. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Hier sehen wir also außerdem noch mal die Konditionen auf dem US-Markt, auf den EU-Aktienmarkt und für Optionsscheine. Wir werden uns gleich allerdings noch mal die Gebühren etwas genauer anschauen. Und hier natürlich jetzt Depot eröffnen, das werden wir uns gleich anschauen. Und wie gesagt, wenn du selber professioneller traden möchtest oder einfach nur ein Cap-Trader-Depot an sich eröffnen möchtest, tu das sehr, sehr gerne über den Link in meiner Beschreibung. Damit würdest du mich wirklich unheimlich unterstützen. Hier sehen wir auch noch mal zusammengefasst, Aktienoptionsscheine, Futures, Forex Trading und ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten, bietet diese Plattform, wie gesagt, eine sehr facettenreiche Plattform mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, auch zum Beispiel spezielle Dividendenaktien aus Kanada zu kaufen oder sonstige. Und natürlich haben wir hier auch einige Auszeichnungen. Der Broker ist etabliert, der Broker ist seriös. So, wie gerade versprochen, wollten wir uns ja noch mal etwas die Konditionen anschauen. Hier sehen wir schon die Konditionen für Aktienkäufe und so weiter. Wenn du dich dafür interessierst, dich bei dieser Plattform anzumelden, schau sehr gerne noch mal selber auf der Website nach. Das ist hier alles super transparent dargestellt, wie wir hier schon sehen können. Wir können für Aktien, für ETS, für Optionsscheine, alle möglichen Gebühren sehen. Und wir sehen zum Beispiel auch noch zum Vergleich andere Broker, wie zum Beispiel die Konsorsbank, den S-Broker von der Sparkasse, die kommen direkt und so weiter. Und sehen hier, dass wir beim Cap-Trader immer noch für zum Beispiel einen Kauf von 2.000 Euro Daimler-Aktien am günstigsten sind. Das kann man natürlich auch für alle Aktien oder alle Pakete sich selber durchrechnen und anschauen. Wie gesagt, hier ist wirklich alles sehr offen kommuniziert. Hier sieht man alle Kosten, die auf einem zukommen im Überblick und kann sich die ganz einfach sehr schnell anschauen. Und wie gesagt, schau dich sehr gerne mal auf der Cap-Trader-Seite um, wenn du wirklich dich dafür interessierst, einen umfangreichen, facettenreichen Broker zu haben, um zu investieren. Wir werden uns jetzt mal anschauen, wie die Anmeldung anläuft, was du alles so beachten musst und was alles so auf dich zukommt, wenn du dich beim Cap-Trader anmelden möchtest. Denn darum geht es ja in dem Video. Eine kurze Vorstellung und dann einmal die Anmeldung im Broker selber. So, hier in meiner kurzen Präsentation angekommen, also hier habe ich mal Screenshots eingeblendet, die auf mich zugekommen sind, als ich mich dann dafür entschieden habe, mein Depot zu eröffnen. Hier sehen wir schon in wenigen Schritten vom Depot. Das dauert einige Minuten, sagen wir mal eine halbe Stunde ungefähr, das Depot von Anfang bis Ende vielleicht zu eröffnen. Erstmal wählen wir natürlich die Art des Depots aus. Bei mir ist es ein Einzeldepot, weil ich als Einzelperson hier investieren möchte. Ich wohne in der EU und bin natürlich ein Herr. Als nächstes müssen wir natürlich einige Angaben machen, wie beispielsweise unseren Namen, unseren Nachnamen und unsere E-Mail und unsere Mobilnummer. Das ist natürlich logisch. Irgendwie müssen wir dem Broker auch zeigen, wer wir sind und müssen natürlich auch eine E-Mail hinterlegen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und danach kommen natürlich Sachen, die jeder kennt. Wir müssen Risikohinweise, Kundeninformationen, Datenschutzerklärungen und AGBs natürlich akzeptieren. Sonst funktioniert das nicht, aber das ist natürlich eine vollkommen normale Vorgehensweise, wie sie jeder kennt. Als nächstes eröffnen wir unser Konto. Hier geben wir nochmal weitere, detailliertere Angaben zu unserer Person an. Also erstmal sehen wir hier die ersten drei Schritte. Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse und stellen Sie einen Antrag fertig. Das heißt hier nochmal, sehen wir nochmal, dass wir unsere E-Mail angeben, unseren Benutzernamen eingeben müssen. Das heißt hier müssen wir uns einen Benutzernamen ausdenken oder den Benutzernamen halt eingeben, den wir haben möchten auf der Plattform. Und müssen ein Passwort eingeben. Hier am besten ein sicheres Passwort eingeben und das Ganze natürlich nochmal bestätigen. Und hier kommt es natürlich auch auf das Land drauf an, aus dem wir kommen. Denn das Land ist natürlich auch wichtig für steuerliche Fragen. Als nächstes wird natürlich dann eine E-Mail gesendet an unseren Account, die wir bestätigen müssen. Das kennen wir auch. Jeder muss die E-Mail bestätigen, damit die E-Mail auch richtig ist und richtig zugeordnet werden kann. Das gilt natürlich auch zu unserer eigenen Sicherheit, damit das die richtige E-Mail-Adresse wirklich ist. Als nächstes sehen wir dann unsere, also sehen wir dann hier einmal links die E-Mail eingeblendet. Hier müssen wir dann unser Konto verifizieren. Und dann sehen wir hier, dass wir uns hier schon einloggen können, so quasi. Hier habe ich natürlich meinen Benutzernamen grau gemacht, damit man den nicht erkennen kann. Müssen wir hier unser Passwort nochmal eingeben und können dann auch auf Login klicken. Auf Login müssen wir dann noch weitere Angaben machen. Hier einmal, ob wir ein Einzelkunde sind beispielsweise oder vielleicht eine Firma oder sonstiges. Nein, ich bin hier ein Einzelkunde und bin dann auf Weiter gegangen. Auf der nächsten Seite müssen wir dann nochmal hier detaillierte Angaben machen. Natürlich auch zu unserem Wohnsitz und sonstige Angaben. Das heißt, wir sehen hier schon mal Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Stadt, in der wir wohnen und so weiter. Das ist natürlich auch wichtig, denn CapTrader muss ja wissen, welchen Kunden sie haben und wie sie diesen Kunden behandelt zu haben. Das heißt, steuerlich, rechtlich und so weiter. Und natürlich habe ich hier dann auch all meine Daten im Detail eingegeben. Und man würde oder ich würde auch immer noch dazu raten, dass man das Ganze nochmal doppelt kontrolliert, damit man hier auch wirklich nichts Falsches angibt. Hier sehen wir dann noch weitere persönliche Informationen, wie das Geburtsdatum, was natürlich auch wichtig ist, denn unter 18 kann man natürlich am besten oder darf man gar nicht erst traden. Deshalb hier das Alter nochmal eingeben und hier wirklich auch alles eingeben, so wie es im Personalausweis steht. Denn das ist wichtig und muss hier wirklich alles richtig sein. Die Identifikation ist hier auch nochmal, kann man sich auch nochmal auswählen, über welches Dokument man identifiziert werden möchte. Einfach ist hier natürlich der Personalausweis. Als nächstes werden wir hier nochmal über unser Beschäftigungsverhältnis befragt. Natürlich auch zum einen zum Hintergrund, dass wir über den CapTrader auch mit Fremdkapital handeln können. Das heißt, wir können nicht nur mit unserem eigenen Kapital handeln, sondern können theoretisch auch, wenn wir die richtigen Bedingungen erfüllen, mit Kredit handeln quasi, mit Fremdkapital, einen Margin-Trade quasi machen. Das heißt, mit Geld handeln, was wir nicht direkt haben. Also hier müssen wir dann auch einmal unsere Vermögensquellen angeben. Das wäre zum Beispiel das Einkommen von einem Job, Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Erbschaften, irgendwelche Zinszahlungen, wenn man vielleicht schon ein großes Portfolio hat, wenn man irgendwelche Immobilien vermietet, Eigenheim, eben halt das gesamte Vermögen einmal quasi aufzählen, damit der CapTrader auch weiß, mit welchen Kunden er es hier zu tun hat. Als nächstes geben wir hier nochmal Kontoinformationen an. Zum Beispiel die Basiswährung wäre natürlich bei mir auch Euro, denn ich handele ja hier in Euro. Hier werden dann auch noch weitere Sicherheitsfragen abgefragt, was ich eigentlich ganz gut finde. Hier nochmal erwähnt, weshalb werden Sicherheitsfragen überhaupt quasi dargestellt, als Nebenmethode, mit der sich online oder mit dem Kundenservice identifiziert werden kann. Hier kann man dann verschiedene Sicherheitsfragen auswählen. Da ist für jeden was dabei und da kann man wirklich alles oder das ist eine sehr, sehr lange Liste an Fragen, wo man dann Fragen auswählen kann und eine Antwortmöglichkeit eingeben kann. Ich persönlich würde dazu raten, natürlich erstmal Fragen auszuwählen, wo man die Antwort auf jeden Fall immer parat zu hat und dann sich vielleicht auch einfach die Antwort kurz aufzuschreiben oder sonstiges, damit man es halt wirklich auch nicht vergessen kann oder halt auch wirklich die richtige Antwort parat hat. Hier sehen wir dann außerdem nochmal, dass die Telefonnummerbestätigung optional ist. Ich habe meine Telefonnummer hinterlegt und habe das auch bei jedem anderen Broker so gemacht. Hier sehen wir dann außerdem nochmal die Konfiguration oder mit welchen Kontotypen wir handeln möchten. Hier habe ich angegeben Barmittel. Hier kann man allerdings dann auch angeben, wenn man auf Kredit handeln möchte oder mit Fremdkapital handeln möchte, dann kann man hier auch angeben, dass man ein Margenkonto eröffnen möchte. Hier geben wir dann nochmal unser jährliches Nettoeinkommen, ein Nettovermögen und so weiter. Dann haben wir hier außerdem nochmal die Abfrage von unserem Handelszweck oder vom Anlageziel, was wollen wir überhaupt erreichen mit unserer Kontoeröffnung beim CapTrader. Einmal haben wir hier die Möglichkeit der Kapitalerhaltung oder der Einkommensgenerierung beispielsweise über Dividendenaktien, ETFs oder sonstiges. Hier hat man dann natürlich auch noch die Möglichkeit anzukreuzen, dass man in Wachstum investiert oder das Ziel des Portfolios Wachstum ist, Hedging oder auch der Gewinn aus aktiven Spekulationen zum Beispiel einzufahren. Das ist natürlich schwer, aber es ist natürlich für Fortgeschritten auch nicht unmöglich. Hier geben wir dann noch weitere Informationen an, welche Handelserfahrungen wir haben. Zum Beispiel haben wir schon mal Aktien gehandelt, in welchem Umfang haben wir Aktien gehandelt, wie viele Transaktionen haben wir im Jahr und was haben wir so für Kenntnisse da drin. Dasselbe können wir auch noch mit Optionsscheinen und Währungen machen und allem, was wir dort ankreuzen und angeben, wie viele Erfahrungen wir mit welchem Wertpapierhandel schon haben. Die regulatorischen Hinweise werden hier außerdem auch nochmal aufgezählt. Das kann man sich auch alles im Detail am besten durchlesen. Dazu würde ich immer raten, sich die ganzen Sachen im Detail durchzulesen und dann natürlich zu akzeptieren, sonst kommt man halt auch nicht weiter. Wenn wir also alle unsere Angaben gemacht haben über unsere Erfahrungen und Sonstiges, können wir hier unten auf Weiter gehen. So, auf der nächsten Seite angekommen, müssen wir dann außerdem noch weitere Angaben über unsere steuerliche Ansässigkeit machen und über die steuerliche Abwicklung. Hier auch bitte immer im Detail alles durchlesen, genau anschauen und dann die richtigen Angaben machen. Hier sehen wir dann außerdem nochmal weitere Bedingungen, welche wir damit bestätigen, dass wir uns dort anmelden. Die kann ich jetzt nicht alle im Detail durchlesen, solltest du dir aber, wenn du dich bei diesem Broker anmeldest, einmal durchlesen, vielleicht auch in den Übersetzer reinhauen, wenn du nicht alles verstehst. Allerdings hier auch nochmal zur Info, alles durchlesen und alles quasi verstehen, um dann natürlich auf Weiter zu klicken. Am Ende der Seite unterschreiben wir hier nochmal alles quasi digital, einfach mit der Tastatur und können dann auf Weiter gehen. Hier auf der letzten Seite werden natürlich nochmal alle Vereinbarungen und Angaben dargestellt, um diese zu überprüfen. Das kennen wir natürlich auch aus verschiedenen anderen Brokern oder Sonstiges. Hier gehen wir dann oder hier schauen wir dann nochmal nach, dass wir wirklich alle Angaben richtig gemacht haben und dass alle Angaben stimmen. Dann werden uns hier nochmal weitere Vereinbarungen und Offenlegungen quasi dargestellt, welche wir akzeptieren oder welchen wir zustimmen. Das heißt hier, ich stimme zu und sehen dann die ganzen weiteren quasi Vereinbarungen, die nötig sind, um mit CapTrader quasi handeln zu können. Hier unterschreiben wir dann am Ende auch wieder mit unserer Tastatur quasi digital und klicken dann auf Weiter. Wenn wir das alles haben, dann ist unser Konto startklar und wir können anfangen über den CapTrader Geld einzuzahlen oder zu handeln. Das wäre allerdings noch genug Stoff für ein eigenes Video und deshalb soll es das jetzt erstmal mit der Anmeldung gewesen sein. Wie gesagt, falls du dich für den CapTrader interessierst und für anspruchsvollere quasi Trades oder Aktien auf jeden Fall einen guten Broker haben möchtest, schau gerne mal in meine Videobeschreibung. Über diesen Link in der Videobeschreibung würdest du meinen Kanal extrem unterstützen. Dann hoffe ich außerdem, du hast meinen Kanal abonniert, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hier lade ich regelmäßig Videos hoch, indem ich vor allem auch mein persönliches Depot hier offenlege und zeige.